Moins und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Mittlerweile ist es leider bestätigt. Forsaken Shores wird verschoben. Ursprünglich sollte das Update am 19.09. um 15 Uhr erscheinen. Aufgrund von Bugs und Performance-Problemen, welche durch das Pioneer-Programm aufgefallen sind, wird es um eine Woche ca. verschoben. Das neue Datum ist der 27.09., also diesmal ein Donnerstag. Man kann nur hoffen, dass zu Release dann alles läuft und tatsächlich soweit alle Fehler behoben wurden. Ich finde die Verschiebung schade, kann es aber nachvollziehen, dass Rare ihr Update so nicht rausbringen will. Ich will lieber ein Update haben, das direkt funktioniert und nicht noch, dass eine Woche lang die ganze Zeit Bugs auftreten. Das war es auch schon soweit von meiner Seite. Leider diesmal relativ schlechte Neuigkeiten. Trotzdem bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord. Euer Chef. Untertitelung des ZDF für funk, 2017